Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic zu zweit. Wir sind immer noch im Senatsgebäude und ich lasse Melanie jetzt nicht so reden, weil wir endlich mal anfangen wollen. Wieso hast du begrüßt? Weil ich das mache. Weil ich toller bin. Bist doof. Wir müssen hier mit dem Kurierdroiden sprechen, falls ihr euch noch erinnert. Nein. Tun wir nicht. Erklär mal. Doch. Keine Ahnung. Ich passe nicht auf. Bist doof. Ich spiele nur und ich habe wieder gerade irgendwie leckt. Keine Ahnung. Da kann ich euch mal so lange erzählen, was auf meinem Schreibtisch rumliegt. Ein Sparpack-Teserfilm. Ey. Ich glaube. Keinen Schritt weiter. Ich sehe genau, was ihr vorhabt. Wie könnt ihr denn so mit einem Kurierdroiden des Senators umgehen? Dokumentendiebstahl. Was ist nur los mit euch? Das hier ist das Herz der Republik. Die größte Bastion der Demokratie in der ganzen Galaxis. Ich weiß gar nicht, wovon ihr da redet. Lügt nicht. Wir beide wissen doch, dass ihr Senator Pavels Arbeit hier sabotieren wollt. Wer? Ich kenne Leute wie euch und euer Geschwätz. Die wahre Republik zu schützen. Ganz egal, wie unbeliebt Senator Pavels Pläne auch sein mögen. Die Prinzipien der Republik geben ihm die Freiheit, diese Ideen zu äußern. Die Jedi kämpfen für Frieden, nicht für Freiheit. Dann solltet ihr erkennen, dass der Plan des Senators der beste Weg zum Frieden für die Republik ist. Nein. Aber die wirklich Schuldigen sind die paranoiden Fanatiker, mit denen ihr euch eingelassen habt. Wer? Na, diese eine Tusse da vorne. Die kenne ich ja nicht einmal. Achso. Und genau deshalb solltet ihr euch nicht mit ihnen verbunden fühlen. Tue ich auch nicht. Es ist noch nicht zu spät, dass ihr umkehrt und das Richtige tut. Ich könnte vergessen, euch überhaupt gesehen zu haben. Nö. Ich habe hier ein Paket mit alten Landwirtschaftsstatistiken. Gebt mir das Paket des Senators und bringt euren Freunden das hier. Na gut. Der Senator kann fortfahren. Das mag Kaisen nicht so sehr. Ihr tut das Richtige. Ich bin froh, dass ihr die fehlgeleiteten Absichten dieser Fanatiker erkannt habt. Im Namen des Senators und meiner Wenigkeit, vielen Dank und viel Glück. Bye, bye. Apropos, ich könnte Kaisen ja mal wieder auf eine Mission schicken. Echt? Nein, ich habe keine Lust. Ich kann das mal rekonstruieren. Das seht ihr jetzt auch endlich mal wieder, wie ich rekonstruiere. Rekonstruieren. Rekonstruieren. Wie heißt das? Nein, habe ich nicht. So, Kaisen, was könntest du mir denn zusammenbauen? Gar nichts. Mach das mal. Ich werde gut dienen, Schatz. Was? Echt mal. Was sollst du hier nicht trinken? Warum nicht? Dann lallst du hier nur noch. Hä? Ja. Ich trinke doch nicht sowas. Ja, Alkohol ist schlecht, ne? Ich mag einfach keinen Alkohol. Da kann ich nicht beurteilen, ob es schlecht ist. Senatorin, verstehen Sie doch. Die Reparatur von Coruscans Infrastruktur ist grün-stumpfwinklig. Wir brauchen eine schwarze Winkelhalbierende, um die rote Parallele zu erreichen. Ich auch nicht. Das ist zwecklos. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich bitte um Geduld, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Ich formuliere es klarer. Die unteren Ebenen sind äußerst beunruhigend und voller Unfälle. Aktive Helfer können das Problem lösen. Entschuldigung. Hat irgendwer verstanden, was der Botschafter-Droide sagen will? Der doch, ich. Aha. Ich dachte, Botschafter wären für gewöhnlich organisch. Dies ist eine außergewöhnliche Situation. Ich bin Senatorin Oranda und das ist Pataka von der Gree-Enklave. Bevor ihr fragt, die Gree sind ein entlegenes Volk von Isolationisten. Sie waren am Bau von Coruscans ursprünglicher Infrastruktur beteiligt. Wir haben sie um Hilfe bei den Reparaturen gebeten. Und sie haben diese Droiden geschickt. Seid ihr auch ganz sicher einer Senatorin? Aus Agamar. Einer kleinen landwirtschaftlichen Welt ohne jeglichen Einfluss im Senat. Das wollen wir ändern, indem wir Coruscant wieder auf Vordermann bringen, aber... Die Enklave benötigt Rohstoffe und bietet dafür die Umkehr von Coruscants gelb-konkarven Zustand an. Zu diesem Zwecke stehen wir für einen weißen Scheitel bereit. Gree-Droiden scheinen in Gree-Mustern zu sprechen. Ich muss dieses Kauderwelsch verstehen, um Coruscant wieder aufbauen zu können. Ich drücke mich einfach aus und bitte um Verständnis. Der Handel steht vor großen Schwierigkeiten. Meine Repräsentanten werden bei den Reparaturen angegriffen. Feuer, Schäden, Furcht. Können Sie mir folgen? Ne, also das, was du vorher gesagt hast, sah nicht irgendwie verständlicher. Etwas Bedrohliches hindert euch bei der Ausführung eurer Aufgabe? Das ist eine zutreffende Annahme. Ihr Verständnis ist wirklich gut. Danke. Coruscant ist auf diese Reparaturen angewiesen, um weiter zu bestehen. Pataka, die Repräsentanten müssen diese Gefahren einfach überwinden. Unmöglich. Meine Repräsentanten brauchen Hilfe von jemandem, der Feuer, Schäden und Chaos gewohnt ist. Eine schwarze Winkelhalbierende, verstehen Sie? Nein. Nur sehr wenige sind derartige Dinge gewohnt. Ich spüre, ahne, vermute, dass Sie zu dieser Elite gehören. Sie strahlen die Erfahrung von grün-gelb-weißen Senkrechten aus. Ich werde die schwarze Winkelhalbierende mit nützlichen und wertvollen Dingen entlohnen, die es nur in der Enklave gibt. Meine Repräsentanten werden Ihnen ihre schwarzen Kugeln erklären. Das sind kühne und gewagte Missionen. Sprechen Sie mit ihnen und hören Sie zu. Ah ja. Hast du das etwa alles mit verstanden? Nicht alles, nein. McCloud. Vielleicht bist du keine wahrliche schwarze Winkelhalbierende. Meckt mich. Der klingt wie C-3PO. Finde ich nicht. Wie hast du dir diese Schäden zugestimmt? Ich schon. So ein bisschen. Doch, Klingen. Die Bewohner der unteren Ebene haben mich unzählige Male angegriffen. Meine Rückkehr ist ein Wunder. Ich gehe nie wieder dorthin. Korossans Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zu fließen zu bringen. Aber hast du doch Pataka? Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten. Schon wieder diese Senkrechten. Ja und? Bitte noch einmal, in klaren Worten. Ich wiederhole meine Dauer. Ich weiß, ihr Bedürfnis bezüglich dieses Gedankenaustauschs zu schätzen. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt, aber die Reparatur steht noch immer aus. Coruscans Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Dein Gerät braucht keiner. Doch. Nein. Kann ich dein Gerät zur Wasserversorgung bringen? Oh, das gibt Pluspunkte. Sie bieten sich als schwarze Winkelhalbierende an? Welch erfreuliches und unerwartetes Angebot. Zum Dank biete ich Ihnen geniale Erfindungen der Gree an. Nehmen Sie meine Erfindung und bringen Sie sie an der Wasserversorgung an. Sie müssen zuvor jedoch ein paar Ventile in der Nähe schließen. Um keine Explosion auszulösen. Seien Sie vorsichtig. Die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne greifen sicher an. Ich wünsche Ihnen eine blaue Tangente und eine unversehrte Wiederkehr. Er wünscht mir also viel Glück. Nein, er wünscht dir eine blaue Tangente. Hör dem doch zu, Mann. Was so viel heißt wie viel Glück. Nein. Aber er ist doch trotzdem Patak. Steht da doch. Ja, und? Wie sagen wir mal Pataka? Na und? Das ist falsch. Lass doch. Müssen wir mal wieder zum Leerrande. Hierbei haben wir einen Notfallflottenpass, mit dem wir alle zwölf Stunden zur Flotte reisen können. Toll. Das habe ich gerade den Zuschauern gesagt. Darf ich trotzdem nichts toll sagen? Doch. Rosenfield. 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 Toll. So, wie ihr seht, ich habe einen Brief. Den muss ich mal... Zweibriefen sogar. Muss ich mal abholen. Na, macht uns mal. Und ich habe wieder eine Exe hinter mir her. Oh, eine Nachricht vom obersten Kanzler. Ja, ich kriege Koroshandauszeichnungen. Und von Ria Delarue. Ach, nix, Freunde. Ja, manchmal schicken uns die NPCs auch Nachrichten. Wenn wir eine Quest abgeschlossen haben. Ja. Die Schikaden machen wir da los. Ja. Yay, ich habe Planen gelernt. Toll. Kommst du? Ach, ach so, ja. Hier ist keiner und ich wollte mir gerade was einziehen. Nein. Ach, komm lieber her und zieh dich aus. Schade, es ist nicht vor den Zuschauern. Ach, die gucken so... Hier guckt da sowieso keiner zu. So. Da kann ich auch genauso gut schlafen. Nein, hier gucken ganz viele Leute zu. Ach, ich bin müde. Ich gehe jetzt schlafen. Sieh mal einer an. Ein Jedi. Nicht gerade die übliche Kundschaft. Kundschaft? Nutte. Agentin Yorksin, SID. Lasst euch nicht für meine Aufmachung täuschen. Ich arbeite verdeckt. Sag doch, Nutte. Ich brauche Hilfe. Wir schleusen unsere Leute seit Monaten in das Finnax-Frachtunternehmen ein. Wir wollen dem Waffenschmuggel ein Ende setzen. Jetzt hat die schwarze Sonne damit begonnen, Finnax-Frachter zu entführen. Sie töten die Besatzung und schnappen sich die Fracht. Wenn ich SID-Personal darauf ansetze, fliegt unsere Deckung auf und wir müssen wieder von vorn anfangen. Ihr braucht es nur zu sagen. Ich habe eine Schwäche für Frauen im Uniform. Und ich wollte schon immer wissen, was die Jedi unter diesen Roben tragen. Noch mehr Roben. Ich kann euch eine hübsche Bezahlung anbieten, wenn ihr uns helft, die Entführer aufzuspüren und die Fracht zu finden. Was trägt ein Jedi wohl unter seiner Robe? Noch eine Robe. Ich denke, ich kann dafür sorgen, dass ein paar Entführer ihre Berufswahl bereuen. Sobald ihr mit ihnen fertig seid, müssen wir wissen, wohin sie die Fracht bringen. Versucht euer Glück bei den Docks. Die schwarze Sonne muss einen Lader programmiert haben, die Fracht an einem sicheren Ort abzuladen. Okay, ein Lader. Rote Winkel halbierende. Die schaffen das. Yeah. Schatz, du wirst für immer und ewig mein rosa Quadraten sein. Willkommen. Bitte wählen Sie alle verfügbare Rechte. Du wirst für immer und ewig mein rosa Quadraten sein. Noi. Oh, Moment. Ich wünsche Ihnen ein sicheren Angelegenheit. Die Karre ist zurück. Das habe ich ja ganz vergessen. So, warte zurück. Der Spirakris. Ich weiß schon, die Bitch hier vorne. Achso. Ja. Die Frali... Ja, die Bitch. Wieso, nein, Susse? Ja, okay, sie ist eine Bitch. Da seid ihr ja. Ich hatte schon Sorge, der Sicherheitsdienst würde euch Ärger bereiten. Wie ist es gelaufen? Habt ihr Pavels Dokumente? Ja, klar. Es lief alles wie am Schnürchen. Gut, das höre ich gern. Hier, nehmt euren Lohn und ich nehme das Paket. Und seid gewiss, dass Senator Pavels Antrag keine Zustimmung finden wird. Okay. Das war eine einmalige Sache. Bei so einer Sache werde ich nie wieder mitmachen. Ob ihr stolz darauf seid oder nicht, ihr seid ein Held der wahren Republik. Jey, da wollte ich auch schlimmer in der Entfernung rein. Und wir haben, wir können uns entweder ein Chorus-Hand-Auszeichnung oder ein Heft auslösen. Und ihr habt bestimmt erkannt, Hefte kann man in ein Lichtschweb. Der hat 4-6 und der hat 4-4, das ist der Heft besser. Der hat 6-4, braucht ja Billenskraft, braucht die Ausdauer. Ja. Dann kommt der Heft, nehme ich hier rein. Jetzt habe ich mehr Billenskraft, 2 Punkte. Naja, wir machen hier jetzt erstmal einen Cut und sehen uns dann. Darum haben wir noch nicht erforscht. Wir sehen uns dann im Revier der schwarzen Sonne wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Juhu. 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 Juhu.